This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Auf der Galerie von Franz Kafka Wenn irgendeine hinfällige, lungensüchtige Kunstreiterin in der Manege auf schwankendem Pferd vor einem unermüdlichen Publikum, vom peitschenschwingenden, erbarmungslosen Chef, monatelang, ohne Unterbrechung im Kreis rundherum getrieben würde, auf dem Pferde schwirrend, Küsse werfend, in der Talie sich wiegend, und wenn dieses Spiel unter den nicht aussetzenden Brausen des Orchesters unter Ventilatoren, in die immerfort weiter sich öffnete graue Zukunft sich fortsetzte, begleitet vom vergehenden und neu anschwellenden Beifallstatschen der Hände, die eigentlich Dampfhämmer sind, Vielleicht eilte dann ein junger Galeriebesucher die lange Treppe durch alle Ränge hinab, stürzte in die Manege, riech für das HALT! durch die Fanfaren des immer sich anpassenden Orchesters. Da es aber nicht so ist, eine schöne Dame, weiß und rot hereinfliegt, zwischen den Vorhängen, welche die stolzen Librierten vor ihr öffnen, der Direktor, hingebungsvoll ihre Augen suchend, in Tierhaltung ihr entgegenatmet, vorsorglich sie auf den Apfelschimmel hebt, als wäre sie seine über alles geliebte Enkelin, die sich auf gefährliche Fahrt begibt, sich nicht entschließen kann, das Peitschenzeichen zu geben, schließlich in Selbstüberwindung es knallend gibt, neben dem Pferde mit offenem Munde einherläuft, die Sprünge der Reiterin scharfen Blickes verfolgt, ihre Kunstfertigkeit kaum begreifen kann, mit englischen Ausrufen zu warnen versucht, die reifenhaltenden Reitnächte wütend zu peinlichster Achtsamkeit ermahnt, vor dem großen Salto-Mortale das Orchester mit aufgehobenen Händen beschwört, es möge schweigen, schließlich die Kleine vom zitternden Pferde hebt, auf beide Backen küsst und keine Huldigung des Publikums für genügend erachtet, während sie selbst, von ihm gestützt, hoch auf den Fußspitzen, vom Staub umweht, mit ausgebreiteten Armen, zurückgelehnten Köpfchen ihr Glück mit dem ganzen Zirkus teilen will. Da dies so ist, legt der Galeriebesucher das Gesicht auf die Brüstung und, im Schlussmarsch, wie in einem schweren Traum versinkend, weint er, ohne es zu wissen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017